Abrutschen hinderten. Anna klammerte sich verkrampft an die Haltebügel. Claudia nestelte nervös an ihren Haaren herum und band sie zu einem Pferdeschwanz. Nur Robert war nach wie vor guter Dinge. Er klebte mit seiner etwas zu langen Nase an der Fensterscheibe und genoss das Bergpanorama. Wir machen heute noch eine Tour, verkündete er. Ich nickte halbherzig. Oben sog ich die Bergluft gierig ein. Mein Kreislauf kam in Schwung und ich spürte, wie das Blut in den Adern pulsierte. Die Martin-Busch-Hütte lag knapp unterhalb der Bergstation. Der Hüttenwirt, ein derber Mann mit Händen wie Backerschaufeln, wartete schon vor der Tür. Unsere Zimmer am ersten Stock waren für die Höhenlage durchaus komfortabel. In dem von Robert und Claudia stand ein Klappbett für Gerhard. Robert warf Schneebälle nach uns und drängte mich zu einer Tour auf die 500 Meter höher gelegene Similaunhütte. Ein netter Spaziergang, meinte er. Von der Martin-Busch-Hütte aus gab es sieben mögliche Routen. Die schwierigste mit sechs Stunden Gehzeit war die auf den Schalfkogel. Die von Robert vorgeschlagene gehörte zu den einfacheren, weshalb ich mich trotz eines Anfalls von Trägheit in mein Schicksal fügte. Ausgerüstet mit Lawinenpiepsern machten wir uns auf den Weg, während Anna und Claudia in der Hütte blieben. Die Schneedecke funkelte in der Sonne und vor uns ragten Kreuzspitze, Seikogel, hintere Schwärze und Hauslapkogel in den Himmel. Alles Berge, die weit über 3000 Meter hoch waren. Doch Robert gab jetzt nicht mehr viel auf das Panorama. Vor überschüssiger Energie strotzend hetzte er wie ein Sprinter den Berg hinauf. Ich hatte Mühe, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Kaum hatte ich ihn eingeholt, lief er schon wieder weiter. Nach genau einer Stunde und 15 Minuten kein linksहortomen, weilogramm werden kann! Sie COVID-191919191919191919191919191919191919191919Joezompkogel